Und dann bin ich jetzt ausgeschlafen. Und dann bin ich jetzt bei Sahne-Tee eingeschlafen. Was war das für ein wunderbarer Traum? Ich würde mich so nahm. Es waren die Vögel zwitscherten und eine frische Sommerbrise weht mir um die Nase. Und diese Ducht. Was war das für ein betörender Ducht? Als wenn ich mitten auf einem reifen Erdbefett stehen wollte. Ja, ja, das ist wie früher, als ich noch ein Kind war. Da habe ich im Sommer immer bei der Erdbeamte so ein paar Pfennig verdient, um mir im Krämerladen Bonbons kaufen zu können. Das waren nur Zeiten. Aber der Duft ist ja wirklich ein Traum. Ich liebe es, schön in Ruhe eine heiße Tasse Tee zu schlafen. Aber gut muss er sein. Und der Tee hier ist wundervoll. Den habe ich von Karls. Die haben so viel in der Kappe besorgen. Und alle schmeckten besser als der andere. Dieser hier wegt nach Erdbeeren und Sahne. Und nach den Erdbeersahnenbonbons, die ich als Kind immer von meinem Vater bekommen habe. Und... Oh, 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 oh Vielen Dank.